Ja, das Leben geht trotzdem weiter, ne? Ja, und deswegen ist halt auch alles offen, interessanterweise. Und die Leute laufen einfach über die Isteklein und das ist ganz normal. Da wird mal mit dem Rasierer noch der böse Anti-Erloh-Anspruch abgemacht von der Wand. Mehr Kunden haben sie ja jetzt auf jeden Fall. Ja. Also die Geschäftsleute haben sich nicht zu beklagen in der Gegend, ne? Beklagen?